Und weiter geht's. Richtig. Da ist nix drunter, oder? Ich hatte recht. Hier ist jemand in der Mitte, aber der ist... Ja! Bitte gönn! Boah! HS. Anda. Ante, ich brauche ja noch voll viel. Ah ok, ich brauche halt noch... Schuhe und Hose. Katzenroman! Und Level... Was geht denn? Hier? Level 17er. Ja ok, wir waren nur Schwitzer. Also könnte ne Schwitzer, glaube ich, mal wieder sein. Aber wir sind auch absolute Schwitzer. Ich zumindest du nicht. Ich bin ein sehr guter Schwitzer. Ja man. Hoffentlich. Man sieht dich auch öfters in E-Sports-Teams. Schnell Leon, schnell. Ich bin schon da. Ja genau, Alter. Wo bist du? Wir sind auf unterschiedlichen Inseln. Haben wir uns drüber gebaut. Egal, juckt nicht. Ja. Dann kann ich gleich schon andere rushen. Geht das hier oben hin? Ich war hier oben noch nie. Ich war hier oben einfach noch nie. Ich war hier oben einfach noch nie. Der andere ist los und hat keine Sachen. Ok, und er ist gegangen. Danke für die Blocks. Muss man schon sagen. Ehre. Babam. Der liegt ne alten Chestplate. Ah ne. Doch nicht. Ok, da ist jemand verrecht. Sir, sie werden schlafen. Ach na mann. Digga, ich find auch nichts. Hä? Der hat besseren Loot als dich und rennt weg von mir. Was ist das für eine schlaue... Der weiß, dass du so krass bist. Leon, pass auf. Meine schlaue Persönlichkeit. Du bleibst jetzt schön in der Ecke. Nein, er darf nicht runter. Oh mein Gott. Du hast trotzdem runtergelaufen. Ah, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Lord. NEDO hat gewonnen. Und es beginnt. Ja, bitte. Es beginnt, Leon. Ja, das ist gut. Ich werd wahrscheinlich eh wieder verrecken, wenn ich jetzt noch bridgee. Also wenn... Ich mach das einfach, ok. Ja, du wirst auch sterben. Ach komm, ich versuch das jetzt auch einmal, Leon. Ich werd sterben, aber ist mir egal. Nein. Scheiße. Ich hab's überlebt! Ich auch. Ja. Ich muss einfach nur genau auf den Boden starren und dann überleb' ich's. Ja. Perfekt. Na... Was ist das denn? Arschloch. Hä? Der... Der... Der wollte... Hinter dir, Leon. Der wollte mich attackieren. Ja. Und hat einfach komplett... So, das find ich dreist von ihm. Hä? Nö. Nö. Nein. Wow. Nein. Einfach nein. Was... Was ist grad passiert? Der hat dich einfach runtergeschmissen. Der hat mich geschlagen, während der einen Block abgebaut hat. Perfekt, Digga. Das war kein Hacker. Ja. Ich will nicht etwas anderes suchen. Was? 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 Mann, ich will auch meine Lieblingssongs. Mann, aber sie gehen nicht, weil da steht, willst du etwas anderes suchen? Mann, halt die Schnauze, ich will nicht anderes suchen. Doch willst du. Du willst was anderes? Hallo. Haha. Tschüss. Alter, diese Scheiße. Ja, da muss ich jetzt irgendeine andere Scheiße werden. Ich mache es okay. Ne, mach du. Okay. Haha. Hä? Geh weg. Guck. Ich stauche mitten auf dem Boden und ich überlebe. Was ist das? Oh fuck. Der Flex. Scheiße Gegner. Ja, ich habe absolutes Müll equipt, gell? Egal, gönn dir. Schuhe. Schuhe und Schuhe. Ich bin Full Deer, also ich kann kämpfen. Ich geh ran da. Ja. Das geht noch nicht. Ah, ist wieder weg. Du bist ja schnell. Ja. Ist es etwa kein Copyright Music? Leon, Hilfe. Leon, Hilfe. Leon, Hilfe. Leon, ich werde gekommen. Soll ich für dich Copyright singen? Nein, ich werde nicht gekommen, oder? Es geht hier ab. Du attackierst mich, ne? Nur so. Oh fuck. Ne, ich komme hinter. Wichtig. Ja, genau. Fick dich. Bleib los. Alter, ich habe ja absolutes Müll equipt. Leon, der hatte Hose. Hier, Hose. Ähm. Sir, was ist Ihr Plan? Okay, ich sehe Ihren Plan. Ja, komm runter. Ich kann da immer noch abbauen. Ich kann... Idiot. Digga, einfach Idiot. Runter. Ja, ich habe ihn. Gönn dir seinen Loot. Ich renne wieder in die Mitte. Ja, ich brauche immer noch eine Testplate. Hatte der keine? Nein, der hatte keine. Ja. Ein Status des Oberkillers. C-Quantaro. Kills 2. Das hast du vorhin wahrscheinlich gesehen, oder? Das habe ich gesehen, oder? Okay, ich habe... Okay, ich habe... Ja, hier hast du eine Chestplate übrigens. Ich habe schon, ich habe schon. Okay. Hä? Die letzten sind auf der... Okay, ne. Nicht die letzten, aber ein paar Leute sind auf der Haupt... Auf der... Anfangsinsel noch. Warte mal, ich nehme mal kurz die Mittelchest. Warte mal, ich will auch noch ein paar Kills. Nö. Die gönne ich mir. Wow, das bin ich... Hä, Digga, das sind noch voll Feeder. Ja, ach ne. Deswegen gönne ich mir die jetzt kurz. Äh, man kann das nicht werfen. Man... Man... Man kann's nur anzünden. Du bist tot. Ah, ja, ja. Der zündet mich an. Schlechter Spieler. Digga. Lass mich. Ich bin tot. Äh, warum? Nur ab, weil ich runtergeschlagen wurde. Ah. Also der eine hat seinen Kopf nach unten gewägt von den 8K. Mehr hat der in der Runde einfach nicht gemacht. Ja, der hat mich getötet. Der hat mit diesem Pfeil des Jahrhunderts... Digga. Der ist einfach krass. Dürf dich zu drehen! Jetzt ist meine Zeit zu Combo'n, ja. Ich dachte, was hörst du da grad für ein Lied? Ja, jetzt ist meine Zeit zu Combo'n, Horenso. Mann. Ah ja, okay. Schuhe. Ja, ich bin voll, Leon. Äh, Leon, ich hab den perfekten Versteckspot gefunden, alter. Was brauch ich denn noch? Chestplate. Leon, ich versteck mich. Ich versteck mich in der Hölle. Nein. Ups. Oh geil, DIA! Ich hab DIA einfach in der Wand gefunden. Digga, wo bist du? Ich bin in der Wand drin. Hallo. 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 Komm mal rein, meine Hölle. Wir bauen jetzt da einen Trap. Ja, ich bauen da einen Trap rein. Keine Idee eigentlich. Was machst du denn? Rücke, GTA Online, Biker, alle Couleur in dieser Woche zu den großen Gewinnen. Ja, ja. Combo'n. Leon, ran da. Alter, ich werd einfach nur mit Combo'n. Junge, ich bin so außer Atem. Was ist passiert? Alter, Lions Mutter war so aktiv heute. Ja, ja, ja. Was ist das? Ehehe. 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 Nehmt grad auf, ja. Professioneller YouTuber. Ja, ja, ja. Oh ja. Ich bin, ich bin Felix und ich bin Gamer oder sowas. Ehehe. Ehehe. Oder sowas. Oh Mann, ey. Ehehe. 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 Halt von dem Tisch gefallen oder einfach Blue Screen, Digger. Perfekt. Mos hat kompletten Blue Screen bekommen. Ja valentin kommt auch gleich. Aaw, schade. Wichtig. Ehehe. Ehehe. Fehl für erstmal gelb. Nein, nicht schon wieder. Ähm. Deinmal GTA, und RP für, alte, Kami Preisfahrzeug. Dinky, Jester, R, D, B. Spielnen wir GTA, oder was? G-TI-a. G-TI-a. ich bin auch gewacht in meiner putze ok wenn du weg von mir bist ja 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 mann und das war es mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen ich habe sie jetzt irgendwie kürzer bekommen weil ich weiß nicht was da davor war dass das alles grün war aber ich habe es jetzt kürzer bekommen ich hoffentlich habe ich repariert ich habe das andere video aus der sehen auch gelöscht aber das wird bald wieder hochgeladen ich hoffe es hat euch gefallen ciao